Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. In beiden Telefonaten oder bei beiden Telefonaten sind wir im gleichen Callcenter und haben sogar die gleiche Mitarbeiterin am Telefon dran. Nur das merkt sie nicht so schnell. Oder auch gar nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Anrufen. Hallo, schönen Tag. Hier ist Reporter Holger. Ja. Herr Holger, am Apparat ist der Bekundsberater in Saphir Frank aus der Handelsplattform. Aha. Wie geht es Ihnen? Nicht gut. Können Sie mal lauter sprechen, bitte? Ihre Verbindung ist ganz furchtbar. Okay. Herr Holger, haben Sie an Ethereum Interesse gezeigt, ja? Überhaupt an Kryptowährungen? Ja, grundsätzlich schon, ja. Geht schon wieder richtig gut los. Die nette Tante geht gleich ans Eingemachte und das Allerbeste ist, sie ignoriert auch noch vollkommen, dass die Leitung scheiße ist. Und ich hätte es sogar noch gesagt haben. Tja, so geht man halt heutzutage mit den Kunden um. Was will man auch anderes erwarten? Ah, vielleicht sind Sie schon ein Trader. Nö. Aha. Und jetzt möchten Sie vielleicht mit vollautomatisierten Systemen arbeiten. Was heißt das? Bitte? Was heißt das? Also mit Roboter, ja. Sie hat welches menschlicher Faktor, das Risikomanagement ist auf höchstem Niveau. Gibt es auch eine Stop-Plus-Option, das heißt, die SEM lässt keine Verluste zu. Ich meine, wenn Sie zum Trader, ja, bevorzugen Sie diese Variante. Ihre Leitung ist, wie gesagt, ganz furchtbar, man versteht sie kaum. Okay, das ist Ihre Entscheidung, ja, Holger. Nur eine kleine Empfehlung von unserer Seite. Nach der Aktivierung kann Sie sich selbst... Stehen Sie eigentlich auf Deutsch oder kommt da nur Müll? Also ich bin Französin, aber seit drei Jahren arbeite ich hier in Berlin als Angestellterin. Ja, das ist sehr traurig, dass Sie dann immer noch kein Deutsch können. Ja, herz aller Liebst. Sie arbeitet in Berlin als Angestellterin. Kann man so sagen, sollte man allerdings nicht. Naja, aber interessant. Also man sagt ihr was und sie kriegt überhaupt nicht mit, was man ihr da sagt. Also die begreift es nicht. Keine Ahnung, wie man dazu kommt. Ja, es könnte wohl einfach an den schlechten Deutschkenntnissen liegen. Also vermutlich zumindest. Ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwo dran muss es ja hapern, dass sie kein Wort Deutsch versteht. Also zumindest nicht, was ich ihr sagen will. Dann frage ich mich, wie sie mir was verkaufen möchte. Was ist traurig? Zu Ausländer traurig ist oder sowas? Ja, Ihr Deutsch ist traurig. Äh, stoppt das Ihnen? Ja. Wovon? Hä? Ihre Fragen ergeben gar keinen Sinn. Sie reden völlig wirres Zeug. Ja, Holger. Gibt es ein Problem, dass Sie jetzt mit einem Ausländerin sprechen? Nö. Das Problem ist, dass ich mit einer Kakerlake spreche, die kein Deutsch kann. Kein Deutsch? Ja. Was meinen Sie, ist das so, dass ich hier als Eingestellterin arbeite? Ja, genau das meine ich. Gehen wir weiter oder sind Sie so, ähm, also rassische Volke? Oder sind Sie rassische Volke? Mhm. Ich denke mal, sie meint damit Rassist. Aber nein, erstmal bin ich das nicht. Und zum Zweiten, ja, ich meine, wenn ich Deutsch spreche, dann möchte ich auch gerne auf Deutsch beschissen werden, oder nicht? Ich meine, die ruft mich ja an, versteht überhaupt nichts von dem, was ich ihr sage, ja, und beschwert sich dann noch, dass ich mich über sie beschwere. Ja, nette Logik. Ich weiß nicht, was das werden soll, aber, naja, was anderes kennt man ja aus diesen Kölzern dann eigentlich auch größtenteils nicht. Was für ein Ding? Sie bitte? Ja, genau. Also, als zuerst sprechen Sie ganz, 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 ganz langsam und nicht laut. Also, als zuerst kann ich ihn nicht verstehen. Ich soll langsam mehr sprechen? Nein, nein. Nein? Nur ein bisschen lauter. Nur ein bisschen lauter ist jetzt so besser. Sören Sie mich jetzt? Können Sie mich jetzt verstehen? Nicht schreien, sondern ganz normal sprechen. Ja, mach ich doch. Ja. Ja. Okay. Ja. Mit welchem Variant möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Äh, Murmeln. Was heißt das? Haben Sie Online-Wallets? Ja, Sie haben mich doch gerade gefragt und ich hab geantwortet. Okay, was ist das? Online-Plattforms oder Online-Wallets? Ja. Aha. Moment. Was für eine Krypto haben Sie dort, damit ich auch richtige Presse Ihnen schicke? Moment. Was? Ethereum haben Sie noch nicht. Was ist das? Mein Lieber, wenn Sie Online-Wallets haben, ja, Online-Wallets, welche Krypto haben Sie dort? War das eine Beleidigung? Okay. Nochmal frage ich. Ja, funktioniert Ihr Gehirn? Wie bitte? Wie bitte? Ja, genau, das meinte ich. Was meinen Sie? Na, hab ich doch gesagt. Ja, genau. Was denn nun? Ja, genau, das haben Sie richtig erkannt. Hallo? Hallo? Ja? Warum antworten Sie nicht auf meine Fragen? Hallo? Ja, warum antworten Sie nicht? Warum höre ich meine Stimme zweimal? Weiß ich nicht, vielleicht ist Ihr Telefon kaputt. Nein, ich möchte mit Ihnen nicht weitergehen. Nein, möchten Sie nicht weitergehen? Können Sie nicht laufen? Sind Sie behindert? Funktioniert aber es nicht? Brauchen Sie einen Rollstuhl? Kann ich Ihnen vermitteln? Meine Oma hat noch einen über. Meine Oma ist auch gebehindert. Ja? Ja, dann fragen Sie doch. Ja, aber Sie antworten ja nicht. Okay, dann fragen Sie. Ich höre Ihre Stimme nicht so gut, weil ich höre meine Stimme zweimal. Ja, vielleicht ist ja Ihr Telefon kaputt, habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ja, genau. Wie gesagt, Ihr Telefon scheint ja kaputt zu sein, weil es funktioniert irgendwie bei Ihnen nicht so richtig. Sie reden mir ja auch immer ins Wort die ganze Zeit. Hey! Hör mich zu! Ich spreche es nicht. Ja, Sie reden mir ja die ganze Zeit ins Wort. Sie reden mir die ganze Zeit ins Wort. Hallo? Reden Sie weiter immer ins Wort oder können Sie auch mal zuhören? Warum reden Sie mir immer ins Wort? Hörte! Ach ja, also sie hat sich ja gewünscht, dass ich ein bisschen lauter mit ihr spreche und ein bisschen deutlicher. Und naja, auf jeden Fall ist sie, glaube ich, gerade ein bisschen überfordert, damit er sich ihr die ganze Zeit unterstellt, dass sie mir ins Wort spricht. Ja, und dabei bin ich Sechnige, der ihr die ganze Zeit dazwischen quatscht. Aber naja, wir wissen ja auch, warum wir das Ganze hier tun. Wir wollen möglichst viel Zeit von den Betrügern verschwenden. Und die Tante hier, die schafft es tatsächlich auch, zweimal ihre Zelle zu verlieren. Sie reden mir die ganze Zeit ins Wort. Und jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, dann reden Sie mir ins Wort. Und dann kann man die Frage ja auch gar nicht beantworten. Ja, ich habe doch meine Frage bereits gestellt, aber Sie antworten ja auch mal nicht. Ja, Sie müssen jetzt reden Sie mir schon wieder ins Wort. Und schon wieder reden Sie mir ins Wort. Die ganze Zeit reden Sie mir einfach ins Wort. Ja, genau. Jetzt machen Sie das schon wieder. Ich mache zu sprechen Sie. Ja. Ja, sprechen Sie, ich höre hin. Ja, habe ich doch, aber Sie reden doch immer dazwischen. Äh, Entschuldigung. Arbeiten Sie. Haben Sie Arbeit? Ich habe Arbeit, ja. Momentan arbeiten Sie. Ja, jetzt, momentan nicht. Jetzt bin ich ja zu Hause. Okay, momentan. Sie sind jetzt zu Hause. Wo zum Beispiel? Hause. Aber wo? In welchem Zimmer sind Sie? Jetzt aktuell im Büro. Oder im Wohnzimmer zum Beispiel. Nee. Nee. Okay. Äh, zum Beispiel, wie viele Leute momentan hören mich? Weiß ich ja nicht, wie viele bei Ihnen da zuhören. Ist ja sehr lauter bei Ihnen. Nee, ich frage Ihnen einfach. Wie viele Leute gibt es und wie viele Leute hören mich momentan? Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin dran und ich weiß ja nicht, wie viele Leute da bei Ihnen zuhören. Äh, meine Liebe, denken Sie, dass wir sind einfach Zoom oder sowas? Ja, genau. Sie haben es ganz richtig erkannt. Genau, erkannt. Aber die erste Zoom-Person sind Sie. Ja? Und warum, äh, machen Sie denn so einen Job? Äh... Leute betrügen und bescheißen und Menschen abzocken. Sie sind Betrüger und Abzocker. Nichts weiter. Krimineller Bandenbetrug. Das ist in Deutschland illegal. Okay, prüfen Sie, dass wir machen Abzocker. Ich warte. Ja. Okay, ich warte dann. Worauf denn? Es ist einfach nicht schön, wenn Sie machen Registrierungen. Hatten Sie heute schon Stuhl gegangen? Äh, zuerst. War der cremig oder eher fess? Hören Sie bis zum Ende. Ja, Sie reden ja immer dazwischen. Sie hören ja auch nicht bis zum Ende. Ja. Ja. Okay, meine Lieben. Wenn Sie sagen, wir machen einfach Abzocker. Ja. Sollen Sie es einfach prüfen? Ja. Richtig. Genau. Richtig. Okay. Dann geben Sie mir Prüfungen. Was haben Sie gemacht? Wie Sie können einfach 100% sagen, dass wir machen Abzocker. Ja. Hab mich bei einer Abzockerwerbung angemeldet und dann... Ja, und dann hat die Abzockerin, die mich angerufen hat, auch keinen Bock mehr auf mich gehabt und einfach mittendrin aufgelegt. Naja, aber womit sie nicht gerechnet hat, dass ich mich direkt wieder bei deren Firma, ja, registriere und die nette Tante, ja, wieder bei mir am Telefon ist. Allerdings, tja, merkt sie das erstmal nicht. Hm? Schon eine Tagesprache mit, äh, Herr Michel? Das ist mein Vorname. Ha. Michel Aufgang. Ja. Richtig? Genau, Herr Aufgang. Faszinierend ist auf jeden Fall, dass sie aus den Vorgesprächen auch gar nicht gelernt hat. Sie spricht einfach die Kunden weiter mit dem Vornamen an. Ja. Ein netter Betrüger hat mir auch mal erklärt, warum die das immer so machen. Und zwar, weil die Vornamen in der Regel viel, viel leichter sind als die Nachnamen. Mit Nachnamen können die Betrüger selten aussprechen. Da die eben meistens oder ganz, ganz oft eben auch eine schwierige Schreibweise haben. Die man ganz anders spricht, als es eben geschrieben steht. Und von daher nehmen die Betrüger einfach den Vornamen. Ist viel einfacher. Okay. Sie sind momentan unsere Plattform und Sie wollen Ihre Handeln beginnen. Habe ich da was falsch gemacht? Sie haben Registrierung gemacht und Sie sind momentan unsere Plattform. Habe ich da was falsch gemacht, weil Sie mich anrufen? Nein, 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 nein. Sie verstehen nicht, was ich meinte, Herr Michel. Sie haben gerade unsere Web-Zeit in RTR Finance und Sie wollen Ihren Handeln beginnen bei uns. Hm? Ja, aha, also das ist Ihr erstes Mal, dass Sie wollen Ihren Handeln beginnen oder Sie haben schon Erfahrung? Ja, das ist das erste Mal. Erste Mal? Sehr gut. Und welches Produkt Sie wollen investieren in Ihr Geld? Also Sie wollen mit Kryptowährungen anfangen oder Rohstoffen oder Aktien? Weiß ich noch nicht so richtig. Sie wissen nicht. Okay, und wie viel Sie wollen anfangen mit Ihren Handeln, Herr Michel? Nicht Herr Michel. Was? Herr Aufgang. Alles klar, Herr Aufgang. Ja. Alles klar, wie viel Sie wollen anfangen mit Ihren Handeln und was Sie sehen momentan unsere Web-Zeit? Nee, da war gar nichts. Das ging nicht weiter. Hier steht nur Glückwunsch und dann klicken Sie um Handeln zu beginnen. Ja, genau. Da steht also Neues Konto. Sie sollen die Neues Konto klicken. Danach Sie sehen Ihre persönliche Information. Sie sollen das schreiben. So was steht bei mir nicht. Was? So was steht bei mir nicht. So was steht bei mir nicht. Okay. Ja, jetzt sagen Sie bitte. Was sehen Sie gerade? So eine gelbe Seite mit einem blauen Pfeil in der Mitte und so ein weißes Fenster und da steht Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. hohe Auszahlungsoptionen und irgendwas mit Neues. Kryptowährung für Anfänger und Fortgeschrittene. Und dann steht ganz unten hier klicken, um mit dem Handel zu beginnen. Wieder nochmal Ihre E-Mail und Sie können das nochmal öffnen, okay? Aber Sie rufen mich doch an. Also muss doch was geklappt haben, oder nicht? Was? Ja. Also wirklich unfassbar, wie die Tante zuhört. Ich meine, das hat sie ja schon im ersten Gespräch gemacht. Und im zweiten Gespräch wurde es nicht mal ein bisschen besser. Gar nicht. Also keine Ahnung, was das jedes Mal soll. Also letztendlich muss man doch der Sprache mächtig sein, wenn man irgendjemanden bescheißen will. Ich meine, ich rufe da jetzt auch nicht in der Türkei an und versuche da irgendwie was abzulesen auf Türkisch, um dann die Leute da zu bescheißen. Ich meine, mal davon abgesehen, dass es sich sowieso nicht gehört, Leute zu bescheißen. Aber wenn ich das schon machen will, dann muss ich mich doch ein bisschen darauf vorbereiten. Aber das ist ja nicht mal ansatzweise. Das ist ja eigentlich irgendwie nur ablesen. Ja, und mehr Deutsch als was sie da so im Callcenter nebenbei lernen. Ja, mehr können die eigentlich auch nicht. Ja, ist immer wieder komisch, ne? Ich schicke Ihnen ein Mail. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Aufgang? Was spielt das für eine Rolle? Was? Was das für eine Rolle spielt? Ja, Sie sind unsere Kunden und ich will nur einfach wissen, wie alt sind Sie? Okay, und wie alt sind Sie? Ich bin 28 und wie alt sind Sie? Ach so, ich bin 29. Sehr gut. Aha, und jetzt ich probiere Ihnen zu helfen, Herr Michel. Also, nach Aktivierung, Sie können arbeiten mit professionellen Finanzisten unserer Plattform. Ja. Hallo, warum Sie sprechen nicht, Herr Michel? Ich habe doch ja gesagt. Was? Ja, genau. Was? Ja, was denn? Was möchten Sie denn? Ich habe schon gesagt, mein Gott. Nö. Ich probiere Ihnen zu helfen. Sie haben angemeldet, online globales Finanzmarkt. Ja. Sie wollen Ihren Handel beginnen. Aha, jetzt ich will verstehen. Wie viel Sie wollen investieren? Welche Methoden Sie wollen das machen? Haben Sie Kreditkarte oder Sie haben Online-Deeking? Was Sie haben überhaupt? War das nur Beleidigung? Sie sind ein bisschen komisches Person, Herr Michel. Wollen Sie, dass wir arbeiten zusammen weiter oder nein? Ja, wenn Sie so rüppelhaft am Telefon sind, dann wohl er nicht. Was meinen Sie, können Sie normal sprechen wie ein normales Mensch? Oh Mann, also da ist ja wirklich Hopfen und Malz verloren. Die nette Tante sagt, ich soll normal sprechen wie ein normaler Mensch. Na, eigentlich stelle ich ihr nur Fragen. Ich meine, allenfalls stelle ich mich ja als naiv dar und als unwissender. Aber, naja, sie klärt ja quasi selbst darüber auf, dass sie nichts anderes als eine Betrügerin sein kann. Ich meine, wer steckt da noch Geld rein, wenn die so beleidigend am Telefon werden und vor allem ausfallend und aufgebracht? Ich meine, letztendlich ist sie doch diejenige, die mich in meiner Privatsphäre gerade stört. Und das ist auch noch illegal. Ich habe mal dahingestellt, ob sie das weiß oder nicht, aber ich gehe mal schon davon aus. Ich meine, wir hatten sie gerade schon mal am Telefon und sie macht es ja professionell, den Betrug da. Aber unterm Strich, ja, spätestens hier sollte jeder aufwachen. Ich meine, was soll das? Ihr werdet da am Telefon mehr oder weniger angepöbelt und schräg angemacht. Und im Grunde genommen wollen die aber Geld von euch. Sind die dann nicht eigentlich in der Bittstellung und müssten nett zu euch sein? Aber irgendwie, hm, weiß ich nicht. Ich frage mich immer wirklich, was das soll. Die rufen euch an, wollen Geld von euch und sind dann auch noch ausfallend bzw. völlig schräg am Telefon und klingen kein Wort geradeaus und zuhören funktioniert ja sowieso eigentlich bei den Typen nicht. Oh Mann, also ich kann nur immer wieder hoffen, dass auf sowas keiner reinfällt. Das Problem ist, dass andere Leute vielleicht auch andere Fragen stellen und, naja, sie dann da halt auch Antworten drauf haben könnte. Und, naja, dann kriegt man das halt eben nicht so schnell mit, dass das Ganze hier Betrug ist am Telefon. Ja, sind Sie kein normaler Mensch? Aha, sagen wir bitte, wie viel Sie wollen Geld investieren, diese Plattform? War das eine Frage? Was? Ob das eine Frage war? Ja, das ist eine Frage. Okay, dann formulieren Sie die bitte mal nochmal so, dass ich die auch verstehe, die Frage, weil ich verstehe die Frage nicht. Das ist Finanzmarkt, was Sie verstehen nicht. Hab ich doch gerade gesagt, was ich nicht verstehe. Was? Ich dachte, Sie wollen mir helfen, aber irgendwie... Ja, ich bin Ihnen zu helfen. Ich frage jetzt, was sehen Sie unsere Plattform? Sie sind online. Na, ich bin ja auf thebitcoinhood.com. Sie sind inertial feines. Was? Sie sind inertial feines. Was? Sie sind inertial feines. Ja. Ja, dann... Ja, dann... Ja, dann... Ja. 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 Da muss man auch definitiv aufpassen, dass man seine Handynummer da nicht auch noch ausgibt, wenn sie euch schon auf dem Festnetz terrorisieren. Da steht's dir, Fischer. Was? Da steht's dir, Fischer. Ich verstehe das Wort nicht. Steht das dir, Fischer, was Sie verstehen nicht? Ja, was Sie... Sie hören nicht gut? Naja, Sie sprechen nicht sehr deutlich. Haben Sie E-Mail bekommen? Ja, hab ich doch gesagt, Sie schlocken mich gerade ein. Wie heißen Sie denn da? Sia Fischer. Das ist Sia. Was? Was steht da? Einen Link. Ja, und wie heißt die E-Mail-Adresse? Ich hab gesagt, Sia Fischer. Wie schreibt man das? Dann such ich mal danach. Hallo? Ja? Ja, wie schreibt man das? Dann such ich mal danach. Kleinen Moment. Mensch? Da achten Sie kurz, ich finde Ihnen jetzt den WhatsApp auch. Hä? WhatsApp? Ja. Hab ich doch gesagt, hab ich nicht. Ja, ich sehe, Sie haben kein WhatsApp auch. Ja. Sehen Sie seriose Personen und Sie wollen den Handel beginnen bei uns oder nein? Was soll denn die Frage jetzt? Herr Michel. Ja, was denn? Sie sind ein blödes Mann oder ein normales Mann? Sind Sie doof oder was? Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Geht's Ihnen irgendwie nicht gut? Sind Sie zu viel am Kleber geschnuppert? Also irgendwas stimmt mit Ihnen nicht. Unfreundlicher und ekelhafter wie Sie geht's ja wohl nicht. Und bei Ihnen soll ich irgendwie was einzahlen? Sie haben ja wohl irgendwie einen Schaden. Ja, ich habe kein Interesse an Betrügern und Leuten, die unfreundlich am Telefon sind. Ja, das sieht man so wie du agierst oder äh... Ja, und dann wie immer war sie ganz schnell weg, sobald man nicht mitgespielt hat. Tja, aber was ja immer wieder das Gleiche ist oder sehr, sehr oft bei den Betrügern zumindest vorkommt, dass sie dann wenigstens am Ende ihr absolut wahres Gesicht zeigen und die, ja, vermeintlichen Kunden oder Betrugsopfer eigentlich dann auch noch beleidigen. Also welche seriöse Firma würde euch am Telefon beleidigen? Mal davon abgesehen, die rufen erstens sowieso illegal an, also Kaltakquise. Das ist ein illegaler Werbeanruf. Die wollen Geld von euch. Zweitens, das Geld werdet ihr nie wiedersehen, wenn ihr das einzahlt. Und drittens, nur weil man Fragen hat und nicht versteht, was die Kakerlake da am anderen Ende eigentlich von einem möchte, weil sie einfach so undeutlich spricht und der deutschen Sprache einfach nicht mächtig ist. Und dann wird's ja auch noch beleidigend. Also ja, also ich glaube, offensichtlicher geht's eigentlich nicht mehr. Dass es sich hier absolut nur um Betrug handelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denn ja, dann zeigt's mir gerne wieder mit einem Daumen nach oben. Besucht uns oder hier den Kanal auch auf Instagram unter callcenter-abzocke. Ja, abonniert gern bei Instagram ebenso. Ansonsten freue ich mich natürlich jederzeit über eure Kommentare. Und wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.